Ich habe schon geahnt in der letzten Folge, dass hier irgendwo eine Höhle sein sollte und müsste, weil oben eine Tasche ist und dort ist keine Tasche, beziehungsweise auf der Karte ist es aber dennoch markiert. So, hier oben ist eine Tasche, die hängt an diesem Baum, die hauen wir mal runter. So, wie so ein Ball holt die Tasche nach unten. Wo ist meine Keule? So, Keule haben wir auch wieder eingesammelt und erstmal herzlich willkommen wieder zurück zu Fuckware Primal und wir gehen jetzt einfach mal hier hoch, um zu gucken, finden wir eine Höhle. Oh, da haben wir eine Höhle. Gehen wir einfach mal rein. Hier liegt was. Okay, ich bin voll. Okay, eine kleine Höhle diesmal. Haben wir denn noch? Wo ist die Tasche? Hier ist die Tasche. Wir sind aber dennoch voll. Okay. Die Bestie ist auch da. Tushi. So, und jetzt bin ich gespannt. Und jetzt gucken wir nochmal auf der großen Karte. Also wie gesagt, wir sind ja in der letzten Folge hier so runter gekommen und ich dachte so, hä, hier liegt aber keine Tasche. Und dann sind wir schlafen gegangen und dann wollte ich ja heute einfach mal auf die Suche gehen nach der Höhle. Und dann haben wir ja auch Anhieb auch gefunden. Hammer. So, wir müssen dann hier lang, so nach hier runter, dann da lang, dann da lang, dann da lang, zu diesen Fragezeichen und dann zu dieser Teicherhand. Und hier oben ist ja auch noch ein Fragezeichen und hier. Oha, da oben müssen wir auch noch alles machen, aber alles mit der Ruhe. Wir gehen zuallererst hier nach unten. Was ist denn das hier? Gehen wir einfach mal runter. Was gibt's da? Ich bin gespannt. Ihr auch? Schreibt mal bitte, liebe Zuschauer, in die Kommentare, wie ihr die Let's-Play-Reihe findet. Nochmal, das ist ganz, ganz wichtig, dies abzuschicken. Hier, was ist denn das? Das ist ein Wolf. Oh, wahrer Titten. Ja, hau ab, du blöder Wolf. Was gibt's denn hier? Gibt's hier was Besonderes? Warum tut's hier? Hier ist eine Tasche. Oh, Nord-Zeder. Gibt's denn hier noch was? Außer, dass man Steine kaputt machen kann. Cool. Hier ist ein Wasserfall. Boah, das ist auch richtig schön. Geil gemacht. Ich versuche mal hier hochzuklettern. So. Hammer. So, jetzt gehen wir hier hoch. Aber irgendwie, das machen wir auch mal weg, geht der Wasserfall nicht weiter, ne, mit dem Wasser. Dort unten läuft einer. Warte mal. Wir greifen mal an. Haben wir. Team Rack. Wer kommt denn da? Wer ist das denn? Bestehn, Junge. Hey, Junge. Getroffen, mo? Er ist auch weg. Das war ein Tier, oder? Nein, das war ein Vogel. Da kommen noch Wätschen. Komm, komm. Nein. Nein, was mache ich da? Was mache ich da? Ah, Mann. Ich hau ihn so einfach mal mit der Keul auf. Auf, auf, Schädel drauf. Mann. Ich hab keine Pfeile mehr. So. Wenigstens kriegen wir immer wieder Pfeile von diesen Gegnern hier. Deswegen müssen wir immer suchen, 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 suchen. Hier. Was ist denn das, sehe ich? Das verstehe ich nicht. Die Weißen. Das müssen wir mal jetzt mal abchecken. Hilfe. So. Jagd, Schleichen, Nahkampf. Das müssen wir jetzt nicht alles durchlesen. Ich gucke mal kurz. Vereine, die weniger. Nein. Sieht hier irgendwie nach was aus? Warum das weiß ist? Ich bin echt gespannt. Schlange. Okay. Wir gucken gerade nur auf der Karte, beziehungsweise wenn da so Bilder sind von der Karte her, dass da irgendwas Weißes ist. Es ist aber nichts. Ich überlege und überlege. Weil die rennen immer weg. Ne, es steht nichts. Soll ich nur, soll ich nur, soll ich nur, ne, ach, als wenn. Wartet nur. Wir werfen jetzt einfach mal den Köder dahin, aber ach, als wenn. Oder will ich mich verarschen. Hä? Hey, hier, Köder. Kein Tier scheint... Sollen wir ihn frei laufen lassen? Ach, lassen wir ihn einfach. Keine Ahnung, was der will. Wisst ihr das? Wenn ihr das wisst, liebe Zuschauer da draußen, dann schreibt bitte ganz, ganz wichtig in die Kommentare, weil das ist für mich sehr wichtig, dies einfach zu erfahren, warum das so ist. Mach ihn fertig, Alter. Mach ihn fertig. Zeig dir her, was du drauf hast. Oha, so schnell. Wir sind voll der Straßenfight hier, ne? Ja, Straßenfight. Ähm, ja, hier ist keine Straße, außer ein paar komische Wege. Was ist denn da? Überall Gegner, ne? Das ist krass. So, aber hier gibt's da. Da gibt's was. Oh. Oh. Hey, Kumpel. Willst du das losbringen? Was? 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 Willst du mich verarschen? Nur, weil ich dahinter stand, ne? Scheiße, ey. Ey, ist das ärgerlich. Nee. Nee. Der Arme, Alter. Ich hab mit dem noch versucht zu reden, willst du der weg? Nein. Das haben wir nicht. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Weiß ich noch nicht. Also, wir werden das am Ende des Let's Play von der Reihenfolge sehen. Also, am Ende von dem Spiel her. Ob das jetzt ein Problem war oder nicht. Wegen den Dorfbewohner. Weil man kann ja insgesamt hier, ich zeig euch das einfach nochmal. So, wir gucken nochmal hier Dorf. Und dann hier unten rechts. 300 Stück. Ja. Später haben wir vielleicht 290 oder so. Ähm. Hauptsache, wir haben nicht 50 weniger. Also, ich sag mal, das ist so ungefähr, dass wir jetzt nicht 50 weniger haben, sondern so um die 10 Stück. Da holt jetzt auch keiner rum. Aber trotzdem, ein bisschen ärgerlich ist es trotzdem. Ja, ich könnte weinen. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Karte. Oh. Da gehen wir mal hin. Gehen wir einfach heute mal ein bisschen spazieren. Durch den Wald. Aber hier unten. Wann mal. Okay. Ey. Schaffst du es? Ja. Oha. Hä? Ich hebe da was auf und plötzlich, ne? Ist ja überall voll mit Blut. So, wir müssen jetzt hier hochkommen. Tushi. Übrigens, so heißt der Bär, ne? Ernsthaft jetzt. So hieß auch der weiße Wolf, Tushi. Wie kommen wir jetzt da hoch? Müssen einmal rumlaufen. So. Tierhaut. Auch voll. Nein. Ich bin einfach mal, wenn man eine Person getroffen hat, kippt er um. Krass. Steinschleuder haben wir auch dennoch noch dabei. Soll ich auch mal testen. Soll ich auch mal testen. Nein. Warte mal, warte mal. Wir wollen jetzt mal was ausprobieren. Oha, was ist denn das da oben? Was hab ich gemacht? Komm her. Ich will dich treffen auf den Kopf. Alter, warte mal. So, jetzt. Nein. Kopfpreffer. Jetzt. Ja, Mann. Kopfschuss. Nice. Haben wir es geschafft. Das ist schon wieder so einer. Egal, die blühen wir einfach rum. Kopf. Rennt auch weg. Der Arme. Und kippt um. Geil. Schon cool. Also auf jeden Fall cool gemacht. Äh, wie kommen wir jetzt da hoch? Da ist die Frage. Also am besten wir müssen da rüber, aber... Wo sind wir denn hier? War ich überhaupt schon mal hier? Schon wieder so ein weißer. Ja, ja, ja. Versteckt dich. So, wir gehen mal da hoch. Da ist ein Wildschwein. So, genau. Hier gehen wir jetzt hoch. Ich hoffe, da fliegt jetzt keiner runter. Komm mit, komm mit, schnell. Lass die in Ruhe. Scheiß auf die. Komm. Genau, hier rüber. Meinst du, wir treffen hier? Na. Alter. Ist das hoch, Alter. Guck mal, wir hatten mal den Stein runter. Auf den Kopf von denen. Wir haben den getroffen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, aber ist schön, das Gebiet. Und hinter, hinter mir. Ja, hinter mir ist der Bär. Moin, moin. Was geht ab? Hallo. Schöne Schlange. Ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich nur die Taisha-Hand haben, ne? Mehr wollte ich hier auch nicht haben. Wir haben ja letztens irgendwie, keine Ahnung, bei welcher Folge wiederum vergessen. Ich sammle es schlimm. Taisha-Hand nehmen wir mit. Ähm, boah, guck euch das mal an. Da unten waren wir eben. Nice. So, jetzt haben wir wenigstens die Taisha-Hand mit. Lagerfeuer. Da müssen wir hier noch bei der nächsten Folge alles kontrollieren. Hammerhart. Dann haben wir hier fast alles gemacht. Gut, let's go. Ähm, wo lang? Hier lang. Ich kann mich gut erinnern, ihr auch. Schreibt mal in die Kommentare. Heute müsst ihr echt viel, extrem viel schreiben. Was haben wir nochmal dort bekommen, wo wir dort drin waren? Was haben wir dort bekommen? Gucken, wer aufgepasst hat. Da ist eine Schlange. Bach. Ekelhaft. Ekelhaft. So eine Schlange, ne? Bach. Wie die rumschreien immer so, ne? So. Wir müssen hier runter. Oder wir laufen runter. Hey, das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, wir laufen runter. Hey, moin. Was geht ab, Kollege? Oha, das ist echt tief. Ich sehe gar nichts. Schöne Kopftreffer. Es gibt die meisten Punkte. AP-Punkte hier. Was wir auch benötigen. Wir werden auch bei der nächsten... Was ist das denn, Alter? Was ist das? Was ist das? Ey, ey. Was ist das? Was? Ekelhaft. Dort passieren auch... Oh. Da sind wir schon zu weit. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt wie ich. Wir müssen uns auch drauf warten. Und deswegen gehen wir erstmal hier hin. Oh. Deshalb machen wir das aber jetzt nicht kaputt. So. Den holen wir jetzt einfach mit dem Pfeil runter. Fertig. Cooler, cooler, cooler. Oh, oh. Oh mein Gott. Verpiss dich. Die Treppe auch noch mit der Sperre, ne? Was ist eine andere? Ach, den habe ich getroffen. Krasser Scheiß. Das muss ich mir auch mal nochmal in der... Als Video auf YouTube nochmal anschauen, die Folge. Ich bin gespannt. Ich, auch ich selbst, aber bei anderen und natürlich bei mir selbst. Weil manchmal vergesse ich auch ein paar Sachen und dann sehe ich das hier in dem Video. Also ich finde das selber interessant. Auf jeden Fall, muss ich sagen. So, Lagerfeuer an. Und speichern. So. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Fuckwire Primal. Bleibt gesund. Bis dahin. Haut da rein. Und tschüss.